ihr seid die ersten mit denen ich spreche guten morgen in tag 3 schon auf dem weg und zwar richtung mont laguna etwa noch fünf kilometer und geht es hier durch echt total schönen kiefernwald wo die dicken zapfen runtergefallen sind und viel totholz aber wunderbar ihr hört den den wind hier unten ist es jetzt gerade mal windstill aber es pfeift ganz schön bis später mein erstes highlight außer die schöne wanderung geht es mal hier durch meine blüte ich kenne mich ja noch gar nicht aus aber ich sehe schon ein tolles schild nur vermute ich das noch geschlossen ist so bevor mich die bäume verlassen und ins desert hinunter geht hier noch ein bisschen was von dem letzten weg da geht es runter da unten hinter den verbrannten bäumen geht es runter ins desert hallo ihr lieben und hier habe ich für uns den blick ins desert wahrscheinlich kommt es auf dem video nicht so rüber aber es ist einfach nur herrlich und ich bin so so happy und genau so ist mein trail name auch geworden von dem pärchen das ich vorhin getroffen habe ich war so glücklich und es war so ein emotionaler moment für mich ich war zu tränen gerührt es hat mich richtig 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 berührt und ja so kann ich beglückt mit einem happy happy trail namen happy weiter auf den trail gehen bis bald das ist einfach genial cool hier der trail und diese landschaft das desert da unten es ist einfach berauschend atemberaubend hallo ihr lieben noch ein letztes video für heute denn ich werde wohl heute gehen bis zum dunkel werden aber es ist einfach so so traumhaft schaut euch das an guten morgen an tag 4 hier mit dem blick in die wüste ich muss einfach ein filmchen machen auch wenn ich nicht ganz genau weiß ob es überhaupt gut wird aber egal so ein genialer morgen mit so einer aussicht hatte ich habe ich in meinem leben noch nie habe schon viel gesehen aber das ist echt der hammer hallo da bin ich mal wieder ich bin ja schon die ganze zeit auf dem trail aber meine ersten schritte sozusagen in tag 4 super schöne landschaft windstill darum auch jetzt schon um 9 uhr sehr heiß happy on trail so eine faszinierende landschaft und es geht mir gut der weg ist anspruchsvoll man muss schon auf jeden schritt auch obacht geben aber es macht spaß es läuft super gut und ich denke mal dass ich zum nachmittag in julien bin denn ich brauche einen neuen löffel meinen habe ich leider lost wir hören uns und sehen uns happy on trail happy for www.mr-l.r.m. Untertitelung des ZDF, 2020